Und damit herzlich willkommen hier wieder bei New Super Mario Brothers V in der Welt 4, wo wir nun endlich angekommen sind, in dieser schönen Idylle. Auch wenn da so ein komisch stachliger Fisch uns geradewegs anglotzt, aber der macht ja erstmal nix und wir sind hier in der ersten Welt und können da woanders hin. Von daher sage ich mal rein da und ihr seht es, er will im 65 leben, das ist wirklich meine Hausmarke. Aber die möchte ich auch behalten, denn es wird noch schwierig genug. Na, der springt doch da unten, oder? Also, was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ah, man kann echt besser schwimmen mit dem... Ich möchte mal ein bisschen hier rumgucken. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwelche Secrets. Ah, der befreit sich hier gleich wieder. Der rund. So, da hältst du mal gleich die Fresse da unten. Die Pflanze des Schreckens, die brauche ich sogar, um hier oben hinzukommen. Wow. So. Ah, warte mal, mit der Schildkröte kommen wir doch gleich hier hoch. So. Och, wir sind alle ringsum hier. Äh, so. Ach, geh weg! Ach, Mann. Die eigene Schildkröte, die mich hier gestresst hat. Ich glaube, es ist jetzt auch so nicht geschafft. Ähm, ja, dann üb doch jetzt hier hoch. Ähm, ja, wir hätten es... Oh, da können wir es gleich nochmal. Wir hätten es eh nicht geschafft. Glaube ich. Hier gibt es... Ich springe aber auch immer geradewegs rein, ne? Es geht auch nicht, dass ich mal irgendwie... Mal nicht reinsprache. Äh, die können ja da durchschwimmen. Das ist ja fies. Hallo. Hallo. Geh weg. Geh weg. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Sehr gut. Ich brauche nochmal so einen Anzug. Genau das. Gibt es hier irgendein Secret oben? Ne, gibt es nix. Kann ich die einfrieren? Kommt mal her. Kommt mal her. Na komm, noch ein Stückchen. Na komm. Was macht ihr da? Balzt ihr oder was? Alter. Genau reingehübt, ey. Ja, dann lasst mich doch auch mal hier ein bisschen weg. Boah, der ganze Schwarm hinter mir her. Verpisst euch. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt war er weg. Kommt, wir müssen noch ein paar... Oh, ich bin depp. Ach, fuck. Weil er da hinten nochmal an der Wand rumgesprungen ist. Sonst hätten wir hier vielleicht noch ein Leben eingesackt. Nicht, dass wir es jetzt unbedingt bräuchten. Aber ich vermute mal echt, ich brauche die irgendwann. Irgendwann werde ich sie... Komm her. Wartet mal, es geht bestimmt einfach, indem ich so einen Bums mache. Eins, zwei, drei. Ich kacke die Münzen. So. Was ist... Was macht denn hier so ein Sound? Na, der will mir doch irgendwie einen Weg zeigen, ja? Sehr schön. Und wie haben wir denn Leben bekommen? Brauche ich nicht. Die Münzen da unten. Ganz ehrlich. Zerfalt. Der verfolgt mich. Yeah. Boah, was ist denn das für ein Riesending? Kann ich nicht einfrieren? Nee. Der ist ja krass. Der glubscht mich schon so gierig an. Seht ihr das? Hopp. Fuck, ich wollte ein paar mehr Münzen mitnehmen. Ist leider missglückt. Oh, komm ey. Das war ja wohl ganz klar auf dem Brett hier gelandet. Also anscheinend nicht, aber... Gib mir nochmal so ein Teil. Komm. Ich brauche nochmal so einen Anzug. Genau den. Das sind sie wirklich gnädig hier in dem Level. Kriegt man immer wieder einen neuen. Ah, da oben. Was ist denn, wenn ich hier unten weitergehe? Hier ist eine Röhre, aber da oben ist auch noch eine, oder? Ah, nee. Da oben ist die letzte Münze, die will ich natürlich haben. Und die kann ich natürlich mit dem... Ähm... Ding, was ich hier habe. Mit dem Anzug. Komm ich da natürlich hin. So. Aber hier ist auch eine Röhre, oder? Hier kann ich doch auch rein. Ja. Ist das vielleicht ein Secret Exit? Oder ist... Nee, es sind zwei Röhren. Das ist genau dasselbe. So. Jawoll. Und noch ein Leben dazu. 67. Das ist doch mal geil. Und alle drei Münzen. Das heißt, am Ende können wir uns wieder ganz viele Filmchen angucken. Wie man es richtig spielt. Ist das nicht schön? Oh, und wir können links zu dem... Pilz? Ach, die Fische sind hier wieder solche Zwischenbosse. Oder so Zwischenlevel. Wo man so Items einsacken kann. Vermute ich mal. So. Ja, ja, ja. One-Ups. Okay. Ganz oben rechts. Und die anderen zwei sind unten links. Ach nee, das ist es gar nicht. One-Up-Kanone. Ja, ja. Willst du mal schon? Krieg ich eh wieder nicht hin. Oh, da oben gibt's zwei Leben auf einmal. Wartet mal. Wartet mal, das kriegen wir hin. Das ist ja wohl... Ich möchte auf jeden Fall die zwei haben. Wartet mal so. So. Geht gar nicht, oder? Äh. Äh. Oh. Verwirrung. Sind die mal irgendwann in einer Reihe? Nee, ne? Jetzt. Och Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Schade. Ja, schade Spiel. Jetzt würde es dich interessieren, dass ich kein Leben krieg. Geh zu Peach Schloss. Ja, ja. Was soll ich bei Peach Schloss? Die lacht mich aus. Dann geh ich links rum. Hm. Geh ich hier oben lang? Da oben ist sowieso eine Kanone. Da könnte man theoretisch wieder Level überspringen. Vermute ich mal, wenn wir jetzt irgendwie einen Secret Exit finden. Was ich? Also selbst wenn ich's finde, werde ich's natürlich nicht benutzen. Beziehungsweise werde ich die ganzen normalen... Alter, die hüten. Och, fuck. Äh, werde ich natürlich trotzdem die normalen Level spielen. Äh. Hehehehe. Ihr wollt mich doch nur locken. Hier ist bestimmt noch irgendwas drin. Da. Ding, 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 ding. Ja, Leute. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen langweilig, wenn ich hier die ganzen Münzen einsammle. Aber ich möchte halt wirklich die Leben haben. Einmal umgedreht. Ey, das ist ein P. Wie soll ich denn das kriegen? Wie soll ich denn das kriegen? Versteh ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, werde ich sterben. Oh, oh. Die Säcke. Komm her. Du, alter. Schwabbelpilz. Oh, der schwabbelt sich auch rum. Verdammt. Wo kommen die denn auf einmal her, die Fische? Aus dem Nichts. Oh, guck mal her. 87 Münzen ist gar nicht so wenig. Was ist das? Ah. Okay. Los, springt. Ihr wollt es doch auch. Springt. Springt mich. Locken mich nur. Nee, 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 nee. Die Säcke. Oh. Jetzt. Jetzt dürfte er kommen. Los, kommt. Kommt. Springt. Springt. Ich möchte da oben reingucken. Jetzt lass mich doch mal in Frieden. Jetzt tickt er hier am Rad. Wisst ihr, eben war ich hier gerade Super Mario. Im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Stern. Und jetzt auf einmal mache ich sowas hier. Was ist das? Oh, oh. Ich glaube, das fällt runter. Was ist das? Wow. Ich möchte es schon haben, da unten. Oh, 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 oh. Ah, da kann ich nichts mehr machen. Geh weg. Jetzt lass mich in Frieden. Wie komme ich da hoch? Ach so. Ja, das ergibt Sinn. Geh jetzt weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alter, ihr Hunde. Na gut. Da hätte ich den Dreifachsprung gebraucht. Dann hätte ich das da hinten auch geschafft, das letzte Leben noch abzusahnen. Aber das ist mir leider nicht gelungen, weil die Fische mich hier völlig körre machen. Ja, wahoo. Ach was, da kommen wir direkt zum ersten Boss. Wartet mal, ich mache mal, ich nehme mir mein Item. Und zwar, ich nehme mir mal, ich nehme erst mal einen normalen Pilz. Und dann gehen wir mal runter zu ihm hier. Ja, los, jawohl. Bumms mir gegen den Kopf, du. So, was muss ich denn hier machen? Ach, shit. Shit, da hätte ich vielleicht doch... Geh weg. Hihi. Okay. Ich dachte, das sind jetzt ganz viele, die ich irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Auf den Kopf springen kann ich ja nicht, da bin ich ja tot bei denen. Deswegen habe ich erst überlegt, ob ich vielleicht doch den Stern nehme. Und der wäre wahrscheinlich sogar hilfreich gewesen. Da hätte ich den wahrscheinlich direkt killen können. So, wir gehen aber erst nochmal hier drüben hin. Eindeutig, ganz ehrlich, Leute, eindeutig Mexiko. Der sagt nicht, let's go, let's go. Der sagt Mexiko. Vertraut mir. Ich habe da Ahnung. Ah! Du Arsch. Kann ich hier hoch noch? Ach, ich kann auf die Palme. Das springt mir auf die Palme, ja. Hi. Ey. Ey, der springt da noch, der Hund. Und da drüben ist wieder so ein Riesen. See-Igel. Oder was auch immer das ist. Hi. Leck mich. Nein, warte, ich werde hoch. Leck damit. Brauche ich nicht. Oh, 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 nicht gut. Was ist das? Brauche ich auch nicht. Eat this. Bams. Oh. Shit, jetzt habe ich die alle abgeschossen da unten. Ach, kommt her, was soll's. Bin ich eigentlich jetzt noch super? Tatsächlich, ich bin noch super. Komm. Oh, ist das fies. Man konnte es jetzt nicht am Sound hören. Ist das gemein. Sonst hätte ich vielleicht... Ich war jetzt noch nach... Nach einem Leben aus. This. Ah, guck mal hier. Hier kann man wieder als Mini-Mario rein. Guck mal hier, was ich für dich habe. Dein Kollege. Eingefroren. Boing. Was ist da unten? Mh, da kann man auch... Ne, da kommt man wahrscheinlich wieder raus als Mini-Mario. Hihi. Ah, nein, nein, nein. Oh. Oh. So was ärgerlich ist auch. Da hätte ich es beinahe gekriegt. Was ist das? Himmelkopp hier. Mh, ja, das Teil. Bitteschön. Boing. Bin ich hier rein? Ne. Hier wäre ich... Oder ich wäre hier rausgekommen. Kann natürlich auch sein. Hier? Hier? Ne, das da unten krieg ich nicht. Ach, Mann, ey. Ich hätte es doch wohl treffen können. Da, bitteschön. Kriegst du das halt in die Fresse? Voll aufs Maul. So. Schade. Ah, den kleinen Pilz, den hätte ich kriegen können. Hätte ich mich nicht so dämlich angestellt. Kann ich hier hoch? Kann ich schon, aber es geht nicht weiter. Naja, passt nicht. Wieso? Hä? Oh. Hm. Ganz unten angedockt. Ich glaube, das machen auch die Speedrunner, ne? Die doggen ganz unten an. Versteht ihr? Ja. Ich glaube, das hat das, was ich hier. Ich glaube, das ist ein bisschen auf der anderen Seite. Das war's. Wie ist es? Oh, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Oh, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Oh. 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 Ähm, dass hier immer wieder Blöcke von oben runterkommen. Jetzt komme ich hier lieber hoch. Das ist ja geil. Das ist richtig ein Stereo, je nachdem auf welcher Seite man ist. Kommt das hier aus den Kopfhörerlautsprechern heraus. Juhu. So, das lief ja schon mal prickelnd. Lass mich raten, gleich werde ich eingequetscht. Nee. Brauche ich gar nicht. Habe ich doch schon. Schenkt mir nicht so viel, sonst werde ich wieder gierig und fall irgendwo runter. Das ist doch immer so. Aber es gibt Punkte, ne? Ich weiß gar nicht, was bringt denn eigentlich diese... Hier, tausend Punkte, was bringt denn das? Highscore. Aber, ganz ehrlich, ist mir doch eigentlich relativ bumms. Ah, was ist hier? Na guck mal, oh. Wer hat dir das gedacht? So, hier ist nichts weiter. Aber wir haben den Zwischensafe-Spot. Und den werde ich auch benötigen, denn ich werde höchstwahrscheinlich wieder drauf gehen. Okay. Wartet mal, dir gebe ich erstmal einen mit hier. Oder auch nicht. So, okay. Einsacken. Mal runter. Ach, verdammte Axt. Wäre auch zu schön gewesen. Hätte ich vielleicht wieder ein Leben bekommen. So, ist hier noch irgendwas Geheimes? Was Schönes? Nix. Nix versteckt. Äh, okay. Ah, nee, warte. Warte, jetzt wollen wir noch nicht. Warte mal, wir gehen erstmal darüber. Hier ist bestimmt noch... Kein Secret. Oh, guck mal an. Hier kommt auch dicke Blöcke. Das ist auch nix. Äh. Guck mal her. Ich will da reingucken. Hätte mich beinahe gedrückt. Und, eppala. Raus hier. So, hier ist auch nix. Das ist gut. Die Kleinen sind gut. Mit denen kann ich arbeiten. Oh, pfuh. Das war knapp. Ach, Mann. Das hätte er ja wohl locker schaffen können. Weg. So, wann kommt der Kleine? Das ist nicht der Kleine. Hopp. Jetzt, der ist noch größer als der davor. Alter. Ich hab doch springen gedrückt. Das wär er gewesen. Der ist noch kleiner. Der ist gut. Den nehmen wir. So. Was? Wie? Wo? Wohin? Hier, das ist doch ein Geheimgang. Das sieht man doch eindeutig. Hä? Okay. Okay, wir sind auf... Hä? Wo sind wir? Kein Bock. Äh, kein Boss. Kein Bock. Bock hab ich schon, aber... Kein Boss. Jetzt haut die ab. Hier gibt's wohl gar keinen Boss in dem Level. Hä? Wir haben's geschafft. Hä? Ach, nee. Ach, hier ist die Kanone. Help me! Help me! Hier ist die Kanone. Speichern, ja, sehr gerne, aber... Können wir den Boss jetzt hier nicht mehr... Doch, wir müssen ja den Boss nochmal machen. Weil sonst geht's ja... Ich will ja hier rechts noch weiter. Aber wir gucken erst mal, wo geht's denn hier mit der Kanone hin? Das ist ja cool. Ah, das war ja ein bisschen einfach. Na gut. Ähm. Man war ja schon unter Zeitdruck. Oh, Mist. Ich verwechsel's immer wieder. Ich möchte mal gucken, ob da noch ein Secret ist. Aber nee, ne? Da geht man ja wieder raus. 69 Leben. 69. 69. 69. 69. Da geht's hinten noch was. Welt 6. Mal wieder. Mhm. 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 So, aber Welt 6 kennt man ja schon, ne? Diesen Shortcut, den hat man ja schon mal freigeschaltet. Genau. Ken ich doch schon. So, wir wollen aber wieder in unsere Welt 4. Und zwar... Ja, du alter Pilz. Du bist vielleicht irgendwann anders mal dran, wenn ich darauf Bock hab. Aber... Irgend so einen Pilz zu retten. So, da sind wir schon wieder. Wir dürfen auf jeden Fall nochmal ran. So, jetzt kennen wir's ja schon. Warten. Ach, jetzt könnte man die Punkte da holen. Aber nee. Ist mir zu riskant. Ach, Mann. Komm schon. Spring doch. So. So, die nehm ich mal mit. Dum, 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 dum. Äh. Okay. Jetzt nicht wie ein Begaster dann losrennen. Sondern... Äh, warten. Dass sich die Klötzchen da anscheinend aufbauen. Dass die wie eine Treppe bilden. So hab ich das jetzt erstmal verstanden. Da, wo wir das gerade, äh, das, das, den, den Secret Place gefunden haben. Dass man da einfach mal eine Runde wartet. Oh, damn. Kommt man da hoch. Und ich hoffe echt, dass der Box noch da ist. Das wär ja echt schade, wenn er jetzt weg ist. Äh, das probier ich jetzt nochmal hier. Wenn das nimmt. Oh Gott. So. Jetzt aber. Ach, komm. Yeah. Ein Leben. Zwei Leben. Eins für die Punkte. Und eins, äh, auch für die Punkte. So, dann machen wir schnell hier. Zack, 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 zack. Lass mich durch. Ach. Na komm. Bevor du mehr auf den Kopf fällst. Das wär ja mal ein sicheres Ende. Hopp, hopp. So. Jetzt kommt, glaub ich, der... Nee, jetzt kommt wieder nicht. Das, also... Wann kommt der Kleine hier? Da ist er. Den will ich. So. Jetzt kam noch die Stelle, oder? Die kam noch jetzt. Das ist er. Ach, guck mal. Wir müssen trotzdem hinmachen, dass wir... Nee, wartet mal. Ich möchte die Münze ja noch haben. Äh, wie mach ich denn das? Jetzt. Shit. Äh, das traue ich mir nicht. Nö. Nö. Nö, das wär mein Ende gewesen. Da war das Secret Exit aber leichter zu kriegen. Ist hier noch was? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Tja, Feuerblume oder... Oder Eis, ne? Ich glaub, bei Bossen ist das egal. So, ich hoffe jetzt, dass... Dass sie wieder da ist. The Lady. Da ist sie wieder. Bäh. Wow. Aber die kann man doch auch abschießen, oder? Ja, geht auch. Geht genauso gut. Ja. Okay, sechs Feuerdinger braucht man. Das ist eigentlich auch cool. Die einfach nur abzuholzen. Oder einfach so. Jetzt wurde es mir ein bisschen zu bunt. Nicht, dass hier gleich zigtausend Ringe sind, wenn ich keinen Ausweg mehr finde. Aber ich komme jetzt wirklich so in die Steuerung langsam rein, ne? Ja, rüber gehüpft, noch so einen kleinen Schlenker in der Luft und dann direkt auf den Deckel. Ja, ich weiß. Das ist jetzt natürlich meine Überheblichkeit wieder. Und ich werde ihn wieder auf den Sack kriegen. Irgendwann. Natürlich werde ich auf den Sack kriegen. Wir sind in Welt 4 von 8. Und wir dürfen nochmal speichern. So, Leute. Und damit haben wir wirklich hoffentlich hier unten alles gecleared. Und damit beende ich den Part und sage, bis zum nächsten Mal. Hier bei Super Mario Bros. Wii. Haut rein.